Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brocken. Ja, ich wollte in der letzten Zeit jetzt vor allem in meinem Livestreams und auch so werde ich immer mal wieder ingame und auch allgemein wie gesagt gefragt, Brocken, welche Klasse, welchen Speck soll ich spielen? Und ich möchte diese Frage jetzt einfach allgemein, ganz kurz und bündig in einem Video mal für euch beantworten. Es ist einfach so, wenn ihr jetzt anfangt oder einer von den Leuten seid, die mich natürlich fragen, welche Klasse, welcher Speck ist denn nun das Wahre? Spielt die Klasse und den Speck, den ihr möchtet. Wenn ihr neu anfangt und ein Kumpel sagt zu euch, ja, spielt ein Schamanen, der ist so geil, das ist das Beste, testet es, testet den Elementarschaman, testet den Verstärkerschaman, testet den Heelschaman, ob er was für euch ist. Es kann natürlich sein, dass ihr merkt, nee, das ist nicht meins, dann macht es auch nicht. Nur weil euer Kumpel sagt, ey, das ist das Beste und vielleicht dann sagt, ey, du willst doch jetzt nicht ehrlich, keine Ahnung, auf den Krieger rerollen, das kannst du nicht bringen, mach wirklich Schami. Wenn euch der Schamane zum Beispiel keinen Spaß macht, dann spielt ihr nicht. Wenn ihr merkt, okay, ich teste mal den Krieger und der Krieger gefällt euch nicht, dann spielt ihn nicht. Und wenn ihr dann merkt, oh geil, der Priester, der Schattenpriester, oh, der macht mir so Spaß zum Beispiel, dann spielt das. Weil nur, wenn ihr eine Klasse und einen Spec spielt, der euch Spaß macht, dann habt ihr auch Spaß am Spiel. Ihr habt niemals Spaß am Spiel, wenn ihr zum Beispiel, also ich spiele Krieger, ich spiele Waffenkrieger. So, wenn es darauf ankommt, wer am meisten Schaden macht, ist es der Furorkrieger, aber ich habe einfach keine Lust, den Furorkrieger zu spielen. Und mir persönlich macht aktuell der Waffenkrieger einfach am meisten Spaß, darum spiele ich den Waffenkrieger. Wenn ich Furorkrieger spielen würde, habe ich einfach nicht so Lust drauf, dann habe ich auch nicht so Bock, damit Instanzen zu gehen, dann hätte ich keinen Bock, damit irgendwas zu machen. Dementsprechend spielt das, worauf ihr Lust habt, wo ihr einfach für brennt. Wenn ihr merkt, ihr brennt für einen Healer, dann spielt Healer. Wenn ihr merkt, ihr brennt dafür, ein Tank zu sein für euer Leben, dann macht das. Und wenn ihr merkt, die Klasse macht mir keinen Spaß, dann re-rollt. Dann sprecht das zum Beispiel, wenn ihr in einer Raid-Gilde auf einmal seid, sprecht das ab, sagt, hey, was weiß ich, punkt, 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 punkt. Oder xxx, je nachdem ihr jetzt einfach mal heißt, als Beispiel. Ich habe keine Lust mehr auf meinen Krieger zum Beispiel. Die haben so viel da verändert und das ist mir negativ und der macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich brenne jetzt für den Schurken. Dann fragt an in eurer Raid-Gilde, ist das möglich, dass ich da re-rollen kann. Und in den meisten Fällen sollte das auch möglich sein. Dann könnt ihr re-rollen, dann könnt ihr wieder die Klasse spielen, wo euer Herz für blutet, wo ihr einfach Spaß dran habt. Und das ist immer wichtig. Spielt bitte nur das, was euch Spaß macht. Spielt nicht das, was oben in den Logs ist, wo ihr jetzt sagen, oh, der Elementarschamane ist der Beste. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, spielt ihn nicht. Ihr könnt auch eine Klasse spielen, die weniger Schaden macht als einer der Top-DDs. Wie gesagt, wenn es darum geht, zum Beispiel Elementarschamane ist einer der stärksten. So, zum Beispiel ein Waffenkrieger ist zum Beispiel ziemlich weit unten. So, aber habt ihr auf einen Waffenkrieger mega Bock, dann spielt ihr die auch viel mehr mit Leidenschaft. Wirklich, ihr sitzt da drin und ihr sitzt da so, oh ja, geil. Und ihr habt Spaß daran, einfach die Fähigkeiten zu drücken und den Krieger zum Beispiel, den Waffenkrieger zu spielen. Nur weil der weniger Schaden macht. Aber dann sitzt ihr vielleicht da beim Elementarschamane und so, ich hab eigentlich keinen Bock. Aber ja, er macht ja den meisten Schaden. Und alle sagen, ich soll den hier spielen. Nein, das ist niemals Sinn und Zweck dieses Spiels. Ihr sollt diese Klasse und diesen Sprechspielen, die euch Spaß macht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so. Ich selber habe, ich spiele seit dem 5. Mai 2005 bin ich dabei. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich spiele seit dem 5. Mai 2005, spiele ich Krieger. Ich spiele meinen Krieger mit Liebe. Ich meine, ich bin aktuell nicht der Aktivste in WoW. Ich habe den Content nicht auf HC clear. Ich habe ihn nicht auf Mythisch clear. Ich habe keine High-End-Mythisch-Plus-Keys. Aber wenn ich meinen Krieger mache, dann mache ich das mit Liebe. Und das ist einfach dieser Punkt, an dem ihr immer bleiben solltet. Ich meine, wenn ihr nach einem Jahr, nach zwei Jahren merkt, euch gefällt die Klasse nicht. Reward. Egal. Habt Spaß an dem Spiel. Ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, das war es eigentlich auch so. Weil mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Wenn euch das kurze Infovideo gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne was in den Kommentaren hinterlassen. Es ist immer schön, was zu lesen, zu liken, zu antworten. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit natürlich gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken.